So Leute, grüßt euch erstmal. Ich komm noch grad so von der Seite rein, weil ich musste die Kamera jetzt irgendwo abstellen. Ich hab keinen, der die jetzt hält. Und ich weiß nicht, das sieht so aus, als würde ich voll weit weg sein. Aber eigentlich stehe ich direkt vor der Kamera. Ja, ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Seid ihr fit? Seid ihr gut drauf? Was ist bei euch los? Heute wieder Stream, 18 Uhr, ne? Ja, das wollte ich sagen. So, am... Ach, genau. Schaut euch mal an, was angekommen ist. Und zwar, das hier. Oh ne, scheiße. Das sind meine Männer-Tangas. Geben wir es einfach zu. Mir wäre es nicht peinlich, wenn ich euch zeigen würde, dass ich Männer-Tangas tragen würde, aber scheiß drauf. Eben gerade kam der Postbote an, Alter. So ein alter kleiner Dünner. Ich so voll am Ölen, weil zieht euch diese Sonne rein. Einfach so absolut geil. Ähm, Schultern heute gemacht, Schultern und Bizeps. Naja, da muss noch was kommen. Aber es ist schon wieder besser geworden. Abgenommen habe ich unglaublich viel. Das ist echt nicht schlecht. Gut. So viel Saat zu, ne? Ich, voll am Ölen, Alter. Macht ihm da die Tür auf und ich laub dem fast schon fast ins Gesicht, ne? Er hätte seine Fresse dabei sehen müssen, Mann. Der macht so auf, denkt sich nur, was ist das denn für einer? Erstmal sieht er so aus, wie er aussieht. Und zweitens, da schwitzt er wie ein Wildschwein, ne? Hammerhart. Ähm, wo ist mein Terrabant? Das wollte ich euch eigentlich auch zeigen. Weil ich spreche ja immer vom Terrabant und ich mache immer nur mit Terrabant. Aber wo ist das denn jetzt, ey? So, easy. Hier habe ich's. Damit mache ich die ganze Zeit, ey, was? Mit so einem Band. Aber ich werde mir höchstwahrscheinlich jetzt bald auf Gewicht holen und noch ein Band. Weil ein Band ist mir, äh, zum Beispiel für Nacken. Nacken muss ich jetzt heute, weil mir ein Band zu wenig ist für die, die es jetzt interessiert. Ne, Stream 18 Uhr für die, die nur LOL wollen und für die, die ein bisschen was Terrabant und so. Ähm, Nacken, ne? Nacken, so. Da brauche ich schon ziemlich viel Gewicht eigentlich, weil mein Nacken stark ist. So hat er nicht gesagt. Aber ist so. Wenn ich das zum Beispiel so machen würde, so, dann ist das zu wenig, ne? Das ist einfach nicht anstrengend genug. Jetzt habe ich das heute so gemacht. Habe ich heute mal getestet. So. Doppelt genommen halt, ne? Und dann schön weit unten angepackt. Und dann halt, äh, ja, nur eine Seite. Aber das fackt ganz schön ab. Ich brauche ein zweites Terrabant. Auch für Bizeps ist natürlich auch einfach nachzustellen. Ich stelle sich einfach auf die Scheiße raus, ne? Und dann machst du es, wie du willst. Du packst ihn wieder ganz unten an oder du rollst es hier auf, ne? Oder rollst es nochmal um deine Hand. Und dann machst du es halt richtig geil, schön langsam. Wie du willst. Ist halt ziemlich cool, aber ein Band ist mir momentan schon wieder zu wenig. Ja, ich musste es schon zu langsam machen und sowas, die Übungen. Keine Ahnung, das macht einfach, ich weiß nicht, ne? Ich brauche noch eins. Nochmal 8 Euro kostet der Scheiße. Äh, der Scheiß, nicht der Scheiße. Ja, ansonsten wollte ich eigentlich nichts erzählen, ne? Ähm, ich wurde halt gefragt nach einem Buddy-Update oder sowas, aber... Ja, das weiß ich. Ich fühle mich zumindest gut. Das ist erstmal wichtig für mich. Und ansonsten, wie gesagt, jetzt League of Legends um 18 Uhr, ne? Wenn ihr Lust habt, guckt ihr vorbei. Ansonsten habt ihr keine Lust und wir wissen Bescheid, dann könnt ihr euch verkrümeln, ne? Aber nee, ich habe ja auch gar nicht gesagt, was hier drin ist. Ne? Der Greenscreen, Mann. Das ist das grüne Ding. Mir fehlt jetzt nur noch die Apparatur, wo ich den Scheiß ranhängen, ne? Ansonsten ist der erste Teil des Greenscreens schon mal da. Gut, Leute. Ich sage damit, hau da rein. Genießt die Sonne. Haha. Äh, hau da rein bis, äh, gleich, ne? Erstmal jetzt ausmachen hier.